Es gibt wohl keinen Namen, der so weit aus der Psychologie hinaus ins Alltagsbewusstsein schallt, wie der des österreichischen Mediziners Sigismund Schlomo Freud. Der gute Sigi hat das Unbewusste popularisiert, mit der Psychoanalyse eine bis heute international praktizierte Therapieform ins Leben gerufen und Wunder in der PR-Abteilung der griechischen Sagen gewirkt. Das freudsche Vokabular ist so weit in den gängigen englischen Sprachgebrauch durchgedrungen, dass es völlig akzeptable Dinner-Konversation ist, zum Beispiel zu sagen, my boss is very anal und damit die einst zwanghafte grenzende Ordnungsverliebtheit des Chefs zu meinen. Freuds Anliegen war, die innere Erlebniswelt des Menschen zu kartografieren und psychische Wechselwirkungen zu beschreiben und zu erklären. In seiner ersten Landkarte des Inneren unterschied er drei Bereiche, nämlich das Bewusste, das Unbewusste und dazwischen gab es noch das Vorbewusste. Bewusst ist alles, was gerade präsent ist, Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen. Dinge im Vorbewusstsein können mit ein wenig Mühe ins Bewusstsein geholt werden. Das ist sozusagen der Es-liegt-mir-auf-der-Zunge-Bereich der Psyche. Im Unbewussten wohnen all diejenigen Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Impulse, die nicht willentlich abrufbar oder aktivierbar sind. Zum Beispiel verdrängte traumatische Kindheitserfahrungen, Wünsche, die ich mir selbst nicht eingestehen kann, oder intensive Affekte wie Hass, Liebe, Wut, die ich mir nicht zu fühlen erlaube. Wobei der Knackpunkt natürlich ist, dass ich nicht wissen kann, welche Inhalte tatsächlich mein unbewusstes bevölkern, sonst wären sie ja nicht unbewusst. Laut Freud kann man aber doch mithilfe bestimmter Methoden und am besten in Begleitung eines Profis an diese psychischen Inhalte drankommen. Eine prominente Rolle nehmen beispielsweise Träume ein, weil sie ganz offensichtlich sowohl komplett aus der Feder eines einzigen Geistes stammen, als auch unbewusst generiert werden. Darum hat Siegmund sich viele Gedanken dazu gemacht, wie man die oft uneindeutige Traumsprache sinnvoll entschlüsseln kann. Der Beweggrund, sich überhaupt als Wecker seiner eigenen unbewussten Hunde betätigen zu wollen, ist meistens, dass jemand nicht so recht dahinter kommt, warum er oder sie sich in letzter Zeit so schlecht fühlt und im Alltag so wenig leisten kann. Denn auch wenn das Unbewusste uns nicht präsent ist, so beeinflusst es doch in bedeutsamer Weise das Erleben und Verhalten. Freuds zweite Landkarte des Inneren war die, die dann später auch Stephen King glücklich gemacht hat. Aufbauend auf den Überlegungen zum Bewussten und Unbewussten zeichnete Schlomo ein Modell mit einer etwas anderen innerpsychischen Dynamik. Diesmal dachte er sich die Instanzen S, Ich und Über-Ich aus. Das S ist von Geburt an vorhanden und lässt sich als ein Haufen von Bedürfnissen oder Trieben verstehen, die unbedingt jetzt befriedigt werden wollen. Hier nimmt der Mensch seine Power her, denn das, was Freud Triebenergie oder Libido nennt, ist so eine Art rohes Ich-Will, das einen überhaupt erst dazu bringt, irgendetwas zu tun. Im Laufe der Zeit kriegt das Kind dann immer mehr davon mit, dass es auch Anforderungen von außen gibt. In erster Linie sind Leben und Bedürfnisbefriedigung von den Eltern abhängig, die die Wünsche des S nicht immer unmittelbar erfüllen. So entstehen langsam die beiden anderen Instanzen aus dem S heraus. Im Über-Ich sind soziale Normen, Moral und Gewissen größtenteils unbewusst angesiedelt. Es ist mein normatives Idealbild von mir selbst, das mir sogar nachts auf verlassenen Straßen ohne Verkehr manchmal leichte Schuldgefühle bereitet, wenn ich bei Rot über die Straße gehe. Schuld, Angst und Minderwertigkeitsgefühle sind die Werkzeuge des Über-Ichs. Das Ich ist die größtenteils bewusste Instanz, die zwischen den Trieben des S und den Normen des Über-Ichs vermittelt und nach sozial akzeptablen Arten der Bedürfnisbefriedigung in der realen Welt sucht. Freud schreibt, dass ich versuche das S zu lenken wie ein Reiter das Pferd. Lassen wir ihn selbst auch mal zu Wort kommen. So vom S getrieben, vom Über-Ich eingeengt, von der Realität zurückgestoßen, ringt das Ich um die Bewältigung seiner Aufgabe, die Harmonie unter den Kräften und Einflüssen herzustellen, die in ihm und auf es wirken und wir verstehen, warum wir so oft den Ausruf nicht unterdrücken können. Das Leben ist nicht leicht. Von all den mehr und weniger komplizierten Worten, die ich im Studium gelernt habe, ist mir Salienz eines der Liebsten. Salienz bedeutet eigentlich nichts anderes als Auffälligkeit, aber indem wir diesem einfachen Konzept einen neuen Begriff geben, den wir nicht intuitiv verstehen, können wir vielleicht unserem Verstand eine Dummheit vorgaukeln, die uns nochmal von Grund auf Fragen macht, wodurch wird ein Stimulus überhaupt auffällig, warum stechen bestimmte Dinge hervor, wenn ich mich hier im Raum so umgucke und warum sind es gerade diese Dinge. Und das Schöne an dem Wort Salienz ist, dass es den Ablauf von Wahrnehmung im Allgemeinen knackig in sieben Buchstaben zusammenfasst. Und zwar gibt es grundsätzlich zwei Wege, auf denen Reize in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit gelangen können. Und diese Wege werden in der Wahrnehmungspsychologie mit den Begriffen Bottom-up bzw. Top-down-Prozesse beschrieben. Bottom-up bedeutet, dass manche Reize sich sozusagen aufdrängen, dadurch, dass ihre physikalischen Eigenschaften sich von denen der Umgebung unterscheiden. Ein lautes Geräusch in einer ruhigen Wohngegend bei Nacht, ein auf mich zukommender Alligator, eine Frau in einer Maschinenbauvorlesung sind salient. Sie stechen aus ihrer Umgebung hervor und das einigermaßen unabhängig von unserer Stimmung, unserer kulturellen Prägung und unserem Alter. Top-down bedeutet, dass Reize sich nicht nur von unten nach oben in unser Gehirn durchschlängeln, ohne dass wir etwas damit zu tun hätten. Wir Menschen stülpen dem, was wir sehen, auch unsere ureigenen Erfahrungen, Stimmungen und Neigungen auf. Wenn meine Frau schwanger ist, laufen auf einmal viel mehr schwangere Frauen durch die Stadt als vorher. Wenn ich eine Spinnenphobie habe, reagiere ich anders auf die kleine Hausspinne als mein japanischer Freund Naoki, der, anders als ich, in der Bücherei nicht an der Manga-Abteilung vorbeiläuft. In der Salienz ist nun beides enthalten und in unseren alltäglichen, psychisch und extern gemäßigten Breitengraden bewegen wir uns meistens in einem Zwischenraum, in dem wir Top-down und Bottom-up-Prozesse balancieren und in dem wir weder als eigenanteilsloser Schwamm die Außenwelt aufsaugen, noch von der Stimme in unserem Kopf beherrscht werden. Ich habe eben gesagt, dass das Ich größtenteils bewusst ist. Der unbewusste Anteil des Ichs ist so eine Art Geheimdienst, der hinter den Kulissen den inneren Frieden zu bewahren versucht. Es entstehen immer wieder Konflikte zwischen dem, was ich will, was ich sollte und was tatsächlich möglich ist. In diesen Fällen kann das Ich auf ganz verschiedene Weisen reagieren, um die Harmonie wieder einigermaßen herzustellen. Zu diesen berühmten sogenannten Abwehrmechanismen zählt zum Beispiel die Verdrängung. Wenn ich mit einem aggressiven oder sexuellen Impuls nicht umgehen kann, dann stopfe ich ihn so tief in mein Unbewusstes, dass es ihn für mich nie gegeben hat. Bei der Projektion sehe ich unbewusste Anteile von mir selbst in anderen Menschen, zum Beispiel wenn ich jemanden kennenlerne und mir der Gedanke, sie könnte mich mögen, viel früher kommt als der Gedanke, dass ich sie mögen könnte. Wenn ich etwas getan habe, das andere nicht toll finden oder das nicht meinem Idealbild von mir entspricht, kann ich einfach rationalisieren. Das heißt, ich denke mir einen unantastbar vernünftigen Grund für mein Handeln aus, den ich auch als einzigen Beweggrund angebe. Das letzte Kuchenstück esse ich immer ganz schnell auf, nur damit kein Streit darüber entsteht, wer es denn bekommt. Bei der Regression falle ich auf eine frühere Entwicklungsstufe zurück, zum Beispiel indem ich das konstruktive Streitverhalten des Schmollens an den Tag lege. Das hat vor 20 Jahren ja auch immer gut funktioniert. Sublimierung ist eine Erfüllung nicht akzeptierter Triebwünsche in anderer Form. Statt zu stalken, schreibe ich ein Lied. Statt jetzt auszurasten und das halbe Büro zu verprügeln, gehe ich später ins Fitnessstudio. Statt mich von meinen Problemen abzulenken, indem ich mich sinnlos betrinke, bleibe ich auf der Arbeit und beschäftige so meinen Geist. Wo kommen jetzt Oedipus und orale Charaktere ins Spiel? Freud hat sich nicht mit einer Bestandaufnahme der inneren Vorgänge begnügt, sondern auch viel darüber nachgedacht, wie diese ganzen psychischen Instanzen und Dynamiken entstehen. Diese Gedanken kulminierten in einem Modell der sogenannten psychosexuellen Entwicklung. Sexuell ist hier weit gefasst im Sinne von Triebenergie. Dieser Entwicklungstheorie zufolge durchläuft der Mensch verschiedene Phasen, nämlich die orale, die anale, die fallische, die latenz- und die genitale Phase. In den ersten drei Phasen stehen jeweils bestimmte erogene Zonen im Vordergrund. Im Jahr nach der Geburt geht es beispielsweise um den Mund. Wenn bei der Exploration dieser Körperregion etwas schief läuft, kann es laut Freud zu einer sogenannten oralen Fixierung kommen, die sich später unter anderem in manipulativen oder naiven Verhalten, in Rauchen, bestörtem Essverhalten oder Bleistiftnagerei äußern kann. Grundlegend entwickelt das Kind in der oralen Phase erste innere Konzeptionen zu sich und der Außenwelt und kann im besten Falle ein rudimentäres Ich entwickeln, das ein realitätsnahes Gefühl für die eigene Un- bzw. Abhängigkeit hat und dass der Umgebung mit einer großen Portion Vertrauen begegnen kann. Wenn in den anschließenden Jahren während der Eroberung der Kontrolle über die Ausscheidungsfunktionen etwas falsch läuft, kann sich dies später in Gehorsamkeit, exzessive Ordentlichkeit und Sauberkeit niederschlagen. Oder auch im genauen Gegenteil, also in waghalsigem, aufsässigem oder sehr unordentlichem Verhalten. So kann ich mit Verweis auf das freudsche Entwicklungsmodell das primäre erkenntnisleitende Interesse der meisten elterlichen Zuschauer bezüglich der frühen Erziehungsmechanismen, die eine Umgehung späterer Streits über nicht aufgeräumte Zimmer und zu spätes Nachhausekommen zu verhindern in der Lage sind, mit dem vorsichtigen Ratschlag beantworten, dem Kind so früh wie möglich überkontrollierend und mit immensen Anforderungen an seine Sauberkeit zu begegnen, die es im weiteren Leben dann hoffentlich so weit verinnerlichen wird, dass man sicher sein kann, dass kein schiefhängendes Bild die Wände der Räume zieren wird, die dieser Mensch betreten haben wird. Oedipus nun ist ein Mann aus der griechischen Mythologie, der seinen Vater tötete und seine Mutter heiratete. Nicht, weil alle Beteiligten das für eine gute Idee hielten, sondern aufgrund tragischer Verstrickungen. Das Orakel von Delphi sagte Oedipus' Vater nämlich schon früh, schau mal, mach was du willst, aber wenn du einen Sohn kriegst, dann bringt er dich um und heiratet deine Frau. Oedipus' Vater bekam jedoch trotzdem einen Sohn, gab ihm einen komischen Namen und schickte ihn ganz weit fort, um der sohnlichen Gefahr zu entgehen. Und so konnte Oedipus später nicht um die verwandtschaftliche Verbindung zwischen ihm und seinem Tötungsopfer bzw. seiner geehelichten älteren Dame wissen. Und es waren genau die Handlungen von Oedipus und seinem Vater, mit denen sie sich ihrer Vorbestimmung zu entziehen versuchten, die letztlich eben diese vorherbestimmten Ereignisse herbeiführten. Tragisch. Sigmund Freud meinte nun in dieser Geschichte einen Grundkonflikt in der menschlichen Entwicklung entdecken zu können. Jedes Kind, so Freud, beginnt ungefähr im Alter von drei Jahren, den gegengeschlechtlichen Elternteil zu begehren. Aber diesem alleinigen Besitzanspruch des Jungen auf seine Mutter, des Mädchens auf seinen Vater, steht der andere Elternteil im Wege. Der Vater hat das Recht auf Verschmelzung mit der Mutter und ist kräftemäßig auch klar im Vorteil gegenüber dem begehrenden Sohn. Eine gute Lösung für diesen Konflikt stellt die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil dar. Indem die Tochter sich mit der Mutter identifiziert, kann sie stellvertretend Freude über die gelingende Paarbeziehung zwischen ihren Eltern empfinden. So kann sie eine eigene Geschlechtsidentität mit mütterlichem Vorbild entwickeln. Das Verhalten der Eltern wird in Form des heranwachsenden Überichs verinnerlicht als Kompass für die Regeln, die ein gutes soziales Miteinander ermöglichen. Soweit zur psychosexuellen Entwicklung. Die Latenz und die genitale Phase lasse ich jetzt mal aus und versuche stattdessen den Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Welchen Stellenwert haben Freuds Ideen in der Psychologie heute? Nun, dazu können wir erstmal überlegen, wo wir das Siegmundsche Theoriengeflecht verorten wollen. Das eben beschriebene Phasenmodell können wir in die Entwicklungspsychologie packen und gucken, wie es dort im Vergleich mit anderen Ansätzen abschneidet. Die Instanzenidee mit Es, Ich und Überich können wir als eine Theorie der Persönlichkeit zur differenziellen Psychologie tun. Entscheidend für die Beurteilung des Stellenwertes in der Psychologie über ihre Historie hinaus ist aber nicht die augenscheinliche Gültigkeit der freudschen Gedanken, sondern deren Standhaftigkeit bei der Überprüfung im Experiment an der Realität. Ihre weitaus größte Wirkung entfalten Psychoanalyse und Tiefenpsychologie in der klinischen Praxis. Die meisten ärztlichen Therapeuten legen ihrer Arbeit das Konzept des Unbewussten zugrunde und auch viele psychologische Therapeuten wählen diesen Weg. Und diese Form der Therapie wirkt den so behandelten Menschen geht es im Durchschnitt besser als Menschen in vergleichbaren Situationen, die die Behandlung nicht machen. Diese Erkenntnis ist schon mal einiges wert. Heutige Therapieforschung versucht nicht mehr, die allgemeine Wirksamkeit nachzuweisen. Es geht jetzt darum, genauer herauszufinden, welche Interventionen im Einzelnen wirken und wie sie wirken. So wird mit der Zeit klarer, auf welchem Wegen die intellektuell ansprechenden Ideen des Sigismund Schlomo Freud Menschen helfen. Zu den Juwelen des freudschen Gedankenguts zähle ich insbesondere zwei Konstrukte, die ich abschließend noch einmal hervorheben möchte. Das ist zum einen die Übertragung. Übertragung findet zum Beispiel dann statt, wenn ich auf der Arbeit total wütend auf jemanden werde und dies dann zu Hause an meiner Familie auslasse, weil jemand ein Buch nicht rechtzeitig weggeräumt hat. Von einem Kontext nehme ich meine Gefühle mit in einen anderen Kontext, obwohl sie dort gar nicht hingehören. Freud meinte, dass speziell Konfliktkonstellationen aus der Ursprungsfamilie sich in einer Biografie immer wieder zeigen würden. Ich nehme mich und die Grundstruktur meiner Persönlichkeit mit allen frühen und späten Prägungen in jede neue Situation mit hinein. Und durch meine Art, mit meinen Mitmenschen umzugehen, löse ich trotz aller Spontanität verlässlich ähnliche Reaktionen aus, sodass ich mit der Zeit in der Partnerschaft, auf der Arbeit, im Sportverein und im Freundeskreis meine teilweise konflikthafte innere Erlebniswelt reinszeniert. Meine Mitmenschen wiederum hegen trotz ihrer Unterschiedlichkeit oft ähnliche Gefühle in Bezug auf mich. Dieses Reaktionsmuster wird Gegenübertragung genannt und in der Therapie ist es eine wichtige Aufgabe des Therapeuten, die vom Patienten ausgelösten Gefühle von den eigenen zu trennen, sodass die inneren Muster des Patienten offengelegt und bearbeitet werden können, ohne dass zu viel von der Persönlichkeit des Therapeuten in diese Bearbeitung mit hineinspielt. Gegenübertragung kann sich als subtiles Gefühl äußern, irgendwie im falschen Film zu sein, in eine bestimmte Rolle gedrängt zu werden, ohne das zugehörige Drehbuch zu kennen. Mein zweites freudsches Juwel ist die Idee des Unbewussten, die grundlegende Erkenntnis, dass das menschliche Erleben und Verhalten in bedeutsamem Ausmaße von Prozessen beeinflusst ist, die außerhalb dessen liegen, was mit Verstand bzw. Bewusstsein greifbar ist. Diese quasi-sokratische Haltung, ich weiß gar nicht so viel von mir, aus der ich nebst anderem eine Haltung der Neugier und der Demut entwickle. Die Ausmaße von Prozessen Untertitelung des ZDF, 2020